ja und damit begrüße ich euch wieder alle beisammen heute auch wieder mit mir aprisus da ich nicht da war wieso nein wieso fährst du jetzt das ist unfassbar nachdem ich gestern so unerwartet verloren haben gehen wir gleich zu den spannenderen spielen nämlich die gruppe a hat ja sich für den letzten tag die spannung hoch 3 aufgehoben aber bevor wir damit anfangen begrüße ich erstmal diesen ins wort faller den veranstalter möb 112 hallo grüß den habe ich ja so viel gesückt also die ausgangspositionen vom heutigen spieltag war folgende ich sage es immer aber ihr seht ja auch hier zwischen den partien gerade blinzen hamburg neun punkte die apache neun punkte und borussia bergstedt auf platz drei ebenfalls neun punkte dazu kommt noch dass die apachen und bergstedt jeweils eine tordifferenz von plus eins haben also von den dreien kann jeder weiterkommen nur ist die sache dass die apachen gegen blinzen hamburg spielen schon mal interessant also wenn die unentschieden spielen und borussia gewinnt wird es auch interessant von der tordifferenz wer dann weiterkommt da kommt es dann ganz darauf an wie die bergstädter gewinnen genau aber borussia muss wohl gewinnen um weiterzukommen oder das so sieht es aus weil unentschieden könnte auch sehr knapp werden nur wie kühler united die sind halt schon raus mit drei punkten aber der rest sollte eigentlich spannend sein und weil es so spannend ist haben wir auch beide spiele parallel also ich versuche die auch so schnell wie möglich anzuklicken damit es dann parallel losgehen kann und wir das parallel erleben können hier also quasi konferenz schaltung nennt sich das glaube ne so dann guter moment bist du bereit für die konferenz schaltung oh ja so bereit war ich noch nie apache pub und willkühler arena auf geht was für spiel nimmst du was nehmt was ich nehmt die apachen halt dann nehmt die wickkühler ok ja bei der apachen pub gut gefüllt 75 prozent wickkühler nur 51 prozent da dran sind sie daheim im stadion bei mir gleich starke mannschaften genau gleich 98 zu 98 oder fast ziemlich gleich 100 zu 99 die stimmung ist fantastisch bei uns und da in der neunten minute wickkühler vergibt die erste chance bei mir gibt es in der achten die erste gelbe karte wegen meckernd die ist bei mir in der zwölften minute wegen um geld umstößen des gegenspielers für eine hier 13 wegen kretsch von der seite also noch steht sondern aber sechzehnte minute tor für ja für die apachen fennelie mcdavid scheinbar machen die cheerleader da für die apachen in wickkühl die fen-akobanische einlagen ja aber damit die apachen jetzt momentan sicher weiter so sieht's aus ja die hätten jetzt 12 punkte und hier wäre bergstatt verkippt erschossen und in der 37 minuten ein tor für die wickkühler die außenseite gehen hier in führung und es geht hier schlag auf schlag 40 minuten 1 zu 1 der ausgleich von blinzen hamburg aber so wie es jetzt aussieht wäre bergstatt draußen genau aber 54 minuten tor für die apachen thomas herber tepper durch ein konter romer margel vergibt eine torschance und in der 58 minuten das tor führer fast machen 57 3 zu 1 jetzt für die apachen sie gehen deutlich in führung ja damit ist bergstatt jetzt wieder weiter mit diesem stand und die linzen habe draußen richtig zwecks des torverhältnisses und punkte punkte ja stimmt und entschieden gibt ja einen punkt richtig gelbe karte und bei mir war der abpfiff somit da ist nichts mehr passiert wie sieht es bei dir ja ich habe noch eine gelbe habe noch ein paar gelben karten jetzt in der 83 und 75 91 wieder eine gelbe karte ja was das schon das sind dreimal die wickkühler die verzweifeln ist scheinbar schon ein bisschen und in der 92 minuten noch werden vergeben eine torschance da mengruani vergibt für bergstatt den siegtreffer aber auch hier war es es oh mann also haben die blinzen hamburger es tatsache geschafft noch raus zu fliegen aus der gruppe ja das ist leider war bergstatt kreilt sich den aufstieg mit einem und mit einem trostlosen unentschieden zittert sich zum aufstieg was anderes kann man dazu nicht sagen es wird gezittert und gebibbert und trotzdem schafft man das gerade so im letzten spieltag auf dem letzten drücker meine güte und das mit sechs chancen niemand sieht meine güte da sind bei den apachen ganz anders aus die haben drei chancen und haben drei tore gemacht das mit effektivität ja die wollten es absolut gut damit hätten wir gruppe a hängt uns und die nütze nächsten gruppe genau zur nächsten ja und nach der ersten gruppe a nun zur gruppe d wo wir genauso eine konferenz schaltung machen weil wir wieder mit dich seht es ist auch in dieser gruppe sehr spannend vielleicht ein ganz so spannendes 3 die möglichkeit haben noch raus zu fliegen und reinzukommen aber immerhin zwei punktgleich und das wäre nämlich fokken musen mit sieben punkten der toddifferenz von plus drei und die ersten fc knapp 0 4 mit einer toleranz von null ton aber auch sieben punkte also da ist es auch spannend und da die beiden nicht gegeneinander spielen präsentieren wir wieder beide spiele damit man das spannender geht es nicht präsentieren kann so ungefähr ja und da hätten wir dann aus spiel eins tzv westhoff gegen vorgehusen genau und spiel nummer 2 fc sandow 07 gegen die knapp 0 4 ja starte ich mal los du nimmst westernhof hast du gesagt ne genau ich nehme das spiel mit dem jahre mit dem schlechteren torverhältnis ja die müssen ein paar tor schießen das wird interessant und in der stadion der freundschaft sind 72 prozent ausgelastet das arena ist auch gut gefüllt also die fans haben ihre ausgeschiedenen männern noch nicht abgeschrieben wollen sie noch grandios verabschieden und bei mir geht es mit maximum los beide stärke 100 besser geht nicht desto hoch nur 87 stärker wir wissen ja schon ja eine der erste minute gleich die erste vergebene torschance bei fc sandow gegen knappen dritte minute tor in der dritten minute schießen die ersten fc knapp 0 4 ein tor das publikum freut sich bei mir somit führen jetzt die knappen auf platz zwei vor vorkenhusen die müssen was tun ja ein tor habe ich in der 21 minuten westerhof geht in front und in der 26 minuten gleich das nächste tor der ausgleich jonas zambut bio und bei mir kommt in der 17 minuten die anzeige lang kann diese partie nicht mehr gehen ja dafür eine minute nach der 27 minuten hat vorgehusen das spiel gedreht und führt jetzt zwei zu eins somit wer fockenhusen jetzt wieder weiter dann so ist das ein torverhältnis ist hoffentlich bleibt so ein plus zwei für vorkenhusen und für die knappen jetzt immer nur also plus ja plus drei quasi und plus eins bei bei also der unterschied zum plus zwei tors ja vergebene torschancen in meinem spiel und das war es dann auch bei mir ist die partie schon durch bei mir ist die zweite hälfte erst gerade angefiffen worden also die knappen müssen jetzt auf die andere partie hoffen in dem sinne nur es scheint nicht zu kommen und in der 59 minuten kommt die vorentscheidung das 1 zu 3 für vorgehusen ja da und das war es jetzt ja auch dieses spiel vorbei vorgehusen hat es geschafft ist weiter damit ja und sandow war sowieso im vorhinein schon als aufsteiger fix genau also es lag hier wirklich an zwei toren am ende an zwei toren wer hier weiter hat vorgehusen geschossen ja aber vorgehusen war ja vorher schon durch aber die knappen hätten ja zwei toren minimum schießen müssen noch mehr überhaupt die chance zu haben so von daher gesehen haben wir das auch durch und ja auch an die knappen spannendes spiel geliefert noch mal gewonnen aber es hat halt leider nicht gereicht schade aber dann damit als nächsten oder zur nächsten gruppe genau ja und jetzt kommen wir zur gruppe f wo wir gar keine konferenz schaltung brauchen denn die zwei teams die da noch um den ums weiterkommen kämpfen die spielen auch gegeneinander und das wären rot weiß lüden schade gegen f ersten fc schlappschuss und der erste fc schlappschuss der hat auch die bessere ausgangsposition neun punkte und der tote brenz von plus vier und rot weiß lüden schalt von der tote brenz von sieben ton er sieben punkten und der tote brenz von minus zwei also lüden schalt muss gewinnen um weiter zu kommen schlappschuss reicht auch im remi so sieht es aus genau mit dieser würde ich sagen heiß macherei vom spiel ab im spiel an sich wieder ein geister spiel was machen die denn stadion ausbauen und umbauen trainieren reparieren oder natten berg das ist voller nattern vielleicht deswegen wegen schlangen gesperrt naja da fehlt ein er aber dafür und in der vierten minute das 1 0 für schlappschuss ja damit sind sie jetzt sicher weiter wenn es so bleiben sollte genau unruhe im publikum welchen publikum das geister publikum oder weiß nicht die lüden richter zählen die dazu publikum vergebene torchancen das war die erste halbzeit um man von lüden schalten muss hier was kommen ja tut aber nichts ein enttäuschers wieder für schlappschuss 63 der ausgleich jetzt wird es noch mal spannend lüdenscheid braucht noch ein tor und das weiter kann man das noch von spannung überbieten eine neunzigste minute und das ist der siegtreffer für die schlappschüsse der schuss war nicht so schlapp wie die mannschaft heißt ich habe jetzt wirklich gedacht das wäre es jetzt in neun stimmte so mit der letzten aktion noch weiter da ist jetzt aber das hat schneller gegangen so kann ich fc schlappschuss mein liebling in dieser saison weiter noch begrüßen und weiter kommentieren das freut mich wirklich aber auch an lüdenscheid es war knapp und vielleicht wird es nächste saison dann mit weiterkommen was genau und damit kommen wir zum letzten spiel des heutigen tages oder so genau das ja und jetzt kommen wir zu meiner gruppe wo ich sicher durch bin obwohl ich auch das letzte spiel verloren habe aber trotzdem die punkte reichen halt schon um sicher durch zu sein aber lahnstein könnte mich noch überholen aber da kommen wir halt zum thema nämlich gegen wen spielen die das also der erste fc jakmel nicht genau gegen real lahnstein wie eben schon gesagt und da ist die ausgangsposition auch sehr interessant denn real lahnstein hat neun punkte hat aber eine tote franz von minus drei und erste fc jakmel nicht hat sechs punkte und eine tote franz von plus eins aber das plus eins hilft nicht viel ja melnig muss gewinnen um weiter zu so sieht es aus genau und es ist auch das hoffnungsvoll stadion also da sind sie noch voller guter dinge genau und aus sehr gut gefüllt 86,8 prozent da ist die gute hoffnung sind sind auch die stärkere mannschaft also dann noch der heimvorteil da kann eigentlich schon planen stein hat heute ziemlich also ist schwach aufgestellt hätte ja für alle vogelkundler ein riesiger vogelschwarm zieht über stadion ist das entschmarrn und die erste torschance auch von jamelnik der tang ja joo und aber das tor ist für lahnstein und das war es mit der ersten halbzeit ja und die bereichung fängt mit der 46 an der ausgleich da war die halbzeit ansprache was genutzt schrackhofer hat hat geantwortet und benno brankowitsch likhosa das ist doch nicht so uninteressant ja melnig wäre mit dem ergebnis weiter ja ist auch so und dann schießt das 3 zu 1 ist das die vorentscheidung oder kann hier lahnstein nochmal alles aus sich rausholen paar minuten sind noch aber die zeit läuft für jamelnik naja jetzt wird es schon richtig schwer und tor und noch ein tor da ist der anschlusstreffer durch jörn zwendin aber das war es auch zu spät gestartet absolut also glückwunsch schade lahnstein nicht mehr geschafft glückwunsch jak melnik zum weiterkommen in dieser gruppe und lahnstein ja es war knapp aber man kann auch am letzten spieltag noch aus der gruppe rausfliegen so geht das halt manchmal das ist glaube ich schon hamburg hatte mit also mitbekommen müssten leider ja und ich würde sagen damit kommen wir auch gleich zu den spielen und ergebnissen dazu muss man auch sagen es gibt ja auch ein spiel mit vielen ton nämlich 0 9 gegen team 122 1455 2 zu 5 da hat es auch ganz schön gerappelt in der kiste genauso wie bei jesse wie das kann man auch mal erwähnen wir haben 0 zu 4 gewonnen auch du hast heute noch knapp gewonnen hast dich noch durchringen können und du hast nur läppig ist unentschieden gespielt ein tollos ist naja 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 aber gehen wir mal die Torschassen waren genug da die Tore sind halt nicht gefallen genau gehen wir mal durch wer so weitergekommen ist also Gruppe A haben wir gezeigt Apachen und Bergstedt Gruppe B war es dann 0,9er mit der einzigen negativen Tordifferenz von Sportropolis und das auf Platz 1 das finde ich schon eine Leistung dann Gruppe C da ist SV21 Remda mit 13 Punkten und der Tordifferenz von plus 5 weitergekommen genauso wie Rocky mit 9 Punkten und plus 1 also da muss ich auch sagen an die beiden wirklich Glückwunsch sich gegen Dortmund und Tesch durchzusetzen ist schon eine ordentliche Leistung also nicht schlecht damit war auch die Hammergruppe diesmal da hat FC Sander 07 souverän gemacht heute halt leider verloren ja und Volkenhusen hat es noch geschafft ein besseres Torverhältnis und das sind 4 Tore nicht 3 wie du gesagt hast ja ich kann mich auch mal verzählen ja und damit zur Gruppe E da ist das wird ein besonderes Freund der FC Heising mit 14 Punkten auf Platz 1 zing und da macht es zing und mit einer Tordifferenz von plus 7 dahinter kommt dann Sportkassel mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von plus 8 das ist die beste Tordifferenz dieser Saison auf den zweiten Plätzen also das das ist schon das ist schon ziemlich gut und damit gebe ich ab zu Gruppe F nämlich das Arova-Stürme und mein Gegner für das Achtelfinale dann 1. FC Schlappschuss genau und Gruppe G wie es sich gehört 1. FC Aprisos auf Platz 1 mit 15 Punkten dahinter dann 1. FC Jamelnik mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von plus 2 auf Platz 2 und somit gebe ich zu Gruppe H ok ja Gruppe H ist dann eben Viola Wien mit den meisten Punkten weiter mit 16 Punkten und auch der besten Tordifferenz nur leider hat einer mehr Tore geschossen als Viola Wien und Afrika Bambard ist auch weiter wenn man es genau nimmt sogar nicht nur einer sondern auch Jamelnik hat ein Tor mehr geschossen ich habe sogar zwei Tore mehr geschossen Justin Bieber hat auch ein Tor mehr geschossen äh Tatsachen ja ok passt jetzt gut aber damit würde ich sagen zeigen wir mal die Achtelfinalpartien die nämlich wie folgt aussehen und bis auf ein Spiel die beiden haben schon mal gegeneinander gespielt haben wir wieder neue Kombination das freut mich natürlich und Apachen Potropel das ist eigentlich jetzt schon ein Spiel die haben schon Finalcharakter weil sie eben auch schon öfters im Finale also einmal schon im Finale gespielt haben da haben die Apachen den Klügeren gezogen ja es ist zumindest ausgeglichen im Finale Statistik ja wenn ich das hier mal so angucke also zwei gewonnen ein unentschieden zwei Niederlagen also das ist ein Spiel was 50-50 ausgehen kann in letzter Zeit hat hier eher ja Potropelis hat gewonnen und unentschieden das waren so die letzten zwei Ergebnisse ja man muss aber auch sagen wenn man sich die Stärken so immer anschaut sind immer konstant über 90 ja also das verspricht wirklich spannend zu werden dann wenn ich das zweite Spiel immer abwechselnd kann man es ja machen ankündigen darf nämlich die 0-9er gegen Borussia Bergstedt da kann man ja fast sagen Borussia Bergstedt die Zittermannschaft der Gruppenphase hat sich hier doch in Anführungsstrichen einen relativ leichten Gegner vielleicht den einfachsten im Achtelfinale rangeholt da hat sie vielleicht mal wieder Glück und damit gebe ich zu der dritten Partie ist so 21 Rem dagegen vor Gehusen das sind zwei Mannschaften die was auch ins Finale getippt worden sind also wird da schon einige Tipps bereinigt denn jetzt darf man die Tipps nicht mehr ändern genau ab jetzt sind die Tipps fix genau und das vierte Spiel da spielt natürlich mein Finalgegner mit der sich auch deutlich durchgesetzt hat in seiner Gruppe der FC Sandow 07 gegen FC Rocky 41 da freue ich mich auch drauf und dann kommen wir zu deinem Spiel ja und ich darf gegen also FC Heizing darf gegen den ersten FC Schlappschuss ran ja mal schauen wie ich das zusammenbringe da ich hoffe natürlich auch es weiterkommen und dann im sechsten Spiel die Saarroher Stürmer gegen FC Sport Kassel 2012 da ja da kann man nicht viel dazu sagen dass die sind beide an die 100 oder genau 100 da kommt dann glaube ich auch das Fünktchen Glück zusammen also mal schauen ich bin gespannt damit zu Spiel 7 ja da ist der erste FC Abrisus der was gegen Afrika Bambata ausschädet sehr gut und dann die Punktbeste aus der Gruppenphase Viola Wien gegen ersten FC Jammelnik ja was soll man noch sagen das wären unsere Paarungen genau es durfte spannend werden und auch morgen werden wir wieder vier Spiele von den acht präsentieren und ja das wird es dann sein und ich denke mal wir gehen noch zum Tippspiel oder da hat sich auch einiges getan genau überraschende Dinge ja und nun kommen wir zum Tippspiel ja und ich möchte es gar nicht sagen was hier so passiert ist deswegen überlasse ich das jetzt einfach mal hier Momino also ich dachte ja schon den Arsch zahlen oder wie okay also den besten Tipptag heute hatte eindeutig Chesambi mit zweimal dem richtigen Tor ergebnis sogar und immer den Gewinner auch dann die anderen beiden Male geschafft also das hätte ich auch noch ansagen können aber ich bezog das jetzt auf was anderes aber erstmal Glückwunsch an Chesambi oder auch wie man ihn bei YouTube nennt Sander groß oder kurz Sander also da wirklich für den Tippspiel herzlichen Glückwunsch das hat diese Auflage noch keiner geschafft an einem Tag zwei richtig zu nennen wenn ich das jetzt mal so kurz überfliege ne das heißt noch keiner geschafft aber was was diesmal sogar zwei geschafft haben ist den Aprisos hinter sich zu lassen beziehungsweise einzuholen ja nämlich die ersten FC Knappen führen jetzt ganz knapp und zwei Punkte die Tipp Gemeinschaft an mit 53,75 Punkten genau und dann folgt der geteilte zweite Platz das tut schon leicht weh nämlich Aprisos gegen Sandow bei der 51,875 und falls ihr euch jetzt wundert wir haben bei dem Tippspiel festgelegt dass es nur bis zur dritten Nachkommastelle geht also wir wollten ja nicht dass man dann die hundertste Nachkommastelle dass die entscheidet wenn es halt punktgleich ist dann ist es halt punktgleich bis auf die dritte Ebene und sonst ist drauf gepfefft genau und auf Platz 4 wer ist jetzt auf Platz 4 der FC Tesch mit 49,773 Punkte genau und knapp dahinter auf Platz 5 der heutige beste Tipper nämlich Chessinby mit 48,750 also auch nicht wirklich weit weg ja und Platz 6 da wären dann die Apachen mit 43,125 genau und die 7 das wären dann die Fockenhusen die heute auch keinen Fehler sich geleistet haben und mit 41,875 auf Platz 7 sind ja und an 8er Stelle bin ich ich habe mir heute auch keinen einzigen Fehler geleistet welche Sensation auch bei 0 tipps jetzt bleibe auch mit 40,5 punkten eben punkte gleich wie gestern aber hat folgen husen hat mich überholt genau und auch viola wien wo du gestern so schön gesagt hast die ist aufgewacht und tippt jetzt mit die wird bald oder der ich weiß ja nicht ob der die das derjenige wird dich auch noch überholen und wird dir die rote lampe übergeben und dann wirst du probleme haben zu schlafen geschweige denn aufzuwachen wenn dir dauernd so ein licht ins gesicht scheint von daher gesehen ich ich sage mir immer ich bin unter die top ten der tippgemeinschaft und das reicht mir der war gut der war gut ja ja dann ein kleiner blick noch auf die final und gewinnertipps also fockenhusen die haben sich aber jetzt ins fäustchen gehämmert hier die haben nämlich ihre partie die jetzt im achten finale läuft genau angegeben als final tipp ja also das ist natürlich blöd ja werden sie hoffen dass sie wenigstens weiterkommen weil dann würde vielleicht noch der gewinnertipp hinhauen aber der final tipp der ist jetzt schon mal nicht mehr möglich deswegen nee brauchst du jetzt noch nicht ach so ja weil wir diese neuer wenn folgehusen ins finale kommt kommen sie ja trotzdem noch die sechs punkte genau aber den final tipp also den gewinnertipp schon abhaken kann ist fc tsch 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 später sehen, aber ich glaube, jetzt freuen sich alle auf das achte Finale und da wird es ja dann richtig spannend. Jo, ab jetzt geht es erst so richtig los. Genau, und beim Rückspiel, aber das werden wir morgen auch nochmal sagen, da kann man dann natürlich auch noch tippen, dass es ja auch so eine Neuerung, ob es Verlängerung gibt oder sogar Elfmeterschießen, aber ich glaube, da sagen wir morgen dann noch was dazu. Und ansonsten würde ich es mal wieder zuerst abschließen, damit du deine Fußballweisheit wieder bringen kannst. Und ja, ich würde sagen, allen viel Erfolg dann im Achtelfinale und an die Ausgeschiedenen versucht es nächste Saison wieder, versucht weiterzukommen und auch mal den Titel zu holen und ich hoffe, euch macht es auch weiterhin Spaß hier zuzusehen, auch wenn ihr vielleicht ausgeschieden seid, aber auch die Ausgeschiedenen können natürlich im Tippspiel weiter tippen, deswegen könnt ihr gerne mitschauen, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben, das freut uns natürlich immer sowohl bei mir als auch bei Mumaino oder natürlich auch abonnieren, damit haben wir natürlich gar keine Probleme, dass ihr kein Video mehr von uns verpassen könnt und damit gebe ich ab zu Mumaino und seinen Spruch des Tages. Ciao! Jo, und da hätte ich Fußball ist wie schach, nur ohne Würfel. Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!